Von Anfang an waren wir kommerziell, denn schon in dem Moment, wo eine Band auf die Bühne geht und Eintritt dafür verlangt, für das was sie tut, ist sie kommerziell. Und das ist bis jetzt so geblieben. Auch heute Abend wird es einen Eintritt geben, oder? Und wir kommen hier schon. Da fliegt es beim Mal, denn ich bin nicht möglich, denn ich verstehe, ich kann das auch. Wie ich überlegte, was ich denn wirklich kann, ich werde sie zunächst auch. Können wir das zusammen? Hey, du darfst du nicht die Straßen im Land. Musik 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 Vielen Dank.